Ernst Ludwig Kirchner war ein bedeutender Vertreter des Expressionismus. Er wurde 1880 in Aschaffenburg geboren und studierte in Dresden Architektur. Nach erfolgreichem Abschluss seines Studiums gründete er 1905 zusammen mit seinen Kommilitonen Erich Heckel, Karl Schmidt-Rottluff und Fritz Bleil die Künstlergruppe Die Brücke. Ihre Kunst soll unmittelbar und unverfälscht sein. Diese Spontanität im künstlerischen Ausdruck richtete sich gegen die Lehre der Kunstakademien. In ihrem einheitlichen Malstil mit schrillen Farben, groben Formen und wenigen Details stellten sie den Menschen in der Natur und gesellschaftliche Tabuthemen wie zum Beispiel Prostituierte dar. Im Jahr 1911 zog Kirchner von Dresden nach Berlin. Die Ansichten der lebendigen Rohstadt werden in den Folgejahren zu einem seiner Hauptmotive. Seine Sommer verbringt er auf Fehmarn, wo er die Naturidylle festhält. Zwei Jahre nach seiner Übersiedlung löste sich die Brücke wegen Meinungsverschiedenheiten auf. Der Ausbruch des Ersten Weltkriegs und die Angst vor einer Einberufung erfüllen Kirchner mit Schrecken. Er geht zur Feldartillerie, scheidet aber noch während der Ausbildung wegen einer psychischen Erkrankung wieder aus und geht in ein Sanatorium. Dort wird er wegen Medikamentenabhängigkeit, Lähmungen und Bewusstseinsstörungen behandelt. Im letzten Kriegsjahr zieht er sich nach Davos in die Schweiz zurück, wo er künftig seinen neuen Lebensmittelpunkt finden wird. Dort wird die Schweizer Landschaft ein weiteres Hauptmotiv seines Oeuvres. Die oeffentliche Anerkennung seiner Kunst und Person wird deutlich durch die Berufung als Mitglied der Preußischen Akademie der Kuenste in Berlin. Seit den 1930er Jahren wog sein Ansehen auch auf internationaler Ebene, besonders in den USA. Die politische Entwicklung in Deutschland seit 1933 bereitete ihm Sorge und tatsächlich wurde er unter den Nationalsozialisten als entarteter Kuenstler diffamiert. Im Jahr 1938 fürchtete er den Einmarsch der Deutschen in die Schweiz. Er zerstörte daraufhin viele seiner Kunstwerke und nahm sich am 15. Juni das Leben. Kirchner hinterließ ca. 25.000 Kunstwerke, darunter Druckgrafiken, Gemälde, Zeichnungen und Holzskulpturen. Nach dem flächenhaften kantigen Brücke-Mahlstil entwickelte er in Berlin einen eigenen Stil mit gedeckteren Farben, Spitzenwinkeln und nervösen Schraffuren.